Sofakusch.de Du kennst diese Absperrungen an Skipisten. Absolut. Diese rot-weißen Netze, die in den Stangen sind, die die Leute im Idealfall verlangsamen. Nur die waren halt noch alibimäßig. Ich glaube, das war eher so ein optischer Schutz, sollte das werden. Sicherheitsgefühl. Ja, und dann ist halt diese Frau mit rasender Geschwindigkeit und diesem Netz bekleidet in mich eingeschlagen. Oh je. Und dann irgendwie so, also halb an mir vorbei. Und dann hat er sich ordentlich abgemault am Ende der Strecke. Und ein anderer ist wirklich hinten in diese Turnmatte gefahren. Und dann sah ich noch, ah, das ist so eine Gruppe, die konnten alle überhaupt nichts und da hatte keiner einen Helm auf. Und ja. Weil es ist ja nur eine Skihalle, es ist ja kein Berg, da kann ja nichts passieren. Ja, wahrscheinlich. Also es war hier, naja. Aber das ist, glaube ich, auch so was wie, da rauchen sich auch ganz viele Leute ein. Die machen dann irgendwie Ski-Gymnastik und dann zum Aufwärmen ein bisschen Summeries, hier einmal kurz den Oberschenkel strecken, einmal die Ellbogen nach hinten und dann irgendwie nach zwölf Monaten ohne Sport rums auf die Piste. Ja, klingt nach meiner Morgen-Gymnastik, was du beschrieben hast. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Geschichts- und Popkultur-Podcast mit meinem absoluten Lieblingsdauergast, Abel Xavier Unsinn. Hallo. Hallo, Janni. Schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Janni Imhoff und jede Woche überrasche ich Abel und euch mit einer kleinen oder großen irgendwie bemerkenswerten Episode der Weltgeschichte. Abel weiß von nichts. Ich weiß von gar nichts. Mein Name ist quasi Hase. All right. Darf aber immer wieder gerne die historische Einordnung in die größeren Zusammenhänge machen und oft versuche ich hier noch mit einer falschen Fährte ein bisschen in die Irre zu führen und zum Ende sprechen wir meist noch darüber, wie das Thema in der Popkultur verarbeitet wurde. Und damit ihr uns unsere angestaubten wilden Popkultur-Referenzen auch glaubt, haben wir auf Spotify eine Playlist mit den Songs und auf YouTube eine Playlist mit den Videos. Das findet ihr ja entweder hier in den Shownotes oder wenn ihr sucht unter Geschichte ungenügend. Selten ist eine Popkultur-Abweis nach dem Jahre 2010 zu bemerken. Bitte? Wegen der Angestaubtheit ist selten eine unserer Popkultur-Abweise bezieht sich auf das Jahr nach 2010. Ich habe noch ein Thema, das haben wir, glaube ich, nicht mehr selber mitgemacht als aktive KonsumentInnen. Das ist also ein sehr, sehr zeitgeschichtliches Thema. Das habe ich aber noch nicht fertig. Alles klar. Und falls ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, wir haben noch einen Link bei meacoffee.com slash ungenügend mit UE. Da kann man uns einen Kaffee spendieren. Und wenn ihr sonst irgendwie Feedback für uns habt, dann gerne bei Twitter at ungenügend ohne UE. Oder wenn es ganz privat sein soll, dann eine E-Mail an geschichteungenügend mit UE at gmail.com. Aber bevor wir einsteigen, nochmal der Hinweis, dass wir nicht alleine sind. Also jetzt nicht meine renalierenden Kinder im Hintergrund, sondern dass wir Teil eines größeren Netzwerks unabhängiger, sehr guter Geschichtspodcasts sind. Die findet ihr unter geschichtspodcasts.de. Da gibt es echt coole Sachen, teilweise ein bisschen ernster, teilweise genauso ein alberner Kram wie bei uns. Hört mal rein, wenn ihr von Audioformaten nicht genug kriegen könnt. Ja, was machen wir heute? Hast du einen Wunsch? Heute würde ich gerne was mal wieder mit unserem alten Kumpel Bismarck machen. Hm, kann ich leider nicht mit dienen. Ich hatte jetzt hier hingeschrieben, heute wird es ein bisschen leichter, ein bisschen leichtere Kost, ein bisschen seichtes Thema, dann einfach festgestellt, nee, kommt doch wieder mit Nazis vor. Mal schauen. Ich mache nochmal Content-Warnung. Nacktheit und sehr fragwürdige Darstellungen von Consent in Mainstream-Medien. Ah, okay. Ja. 80er Jahre Action-Movies. Ah, nicht ganz. Karl Dall. Okay, ja, sehr gut. Ja, wir hatten Otto Walkes, Dieter Hallervorden, Helga Feddersen, da kommt folgerichtig jetzt Karl Dall, kommt aus einem LehrerInnenhaushalt und wird in diesen Haushalt und in die Stadt Emden hineingeboren. Und zwar am 1. Februar des Jahres 1941. Er besucht die Mittelschule, geht nach der 10. Klasse ab und lernt Schriftsetzer. Als eben solcher und als Kulissenschieber arbeitet er dann auch in West-Berlin, wo er hinzieht und tritt abends schon mal in Kneipen auf, wo so eine erste Mischung aus Musik und Stand-Up-Witze erzählen, würde man heute sagen. Seine erste Filmrolle hat er tatsächlich schon 1963. Eine ganz kleine Komparsennummer im schwarz-roten Flanellhemd in einer Saloon-Szene in Winnetou 1 aus dem Jahr 1963. Ach so alt ist das? Krass. Ja, okay. Das ist die erste filmische Erwähnung von Karl Dall. Hast du Hot-Takes zu Karl Dall? Irgendwie Erfahrungen mit ihm? Wie findest du ihn? Nö, persönlich nicht getroffen. Auf jeden Fall sehr wiedererkennungsfähig. Also auch ein ganz wichtiger, du hast Dynamischen aufgezählt. Für halt Leute unserer Altersgruppe, die in den 80ern groß geworden sind, gehört der halt zu den wahrscheinlich Big Four der deutschen Stand-Up-Comedians, die damals noch nicht so hießen. Und war dann, also eigentlich vor meiner Zeit, in den 70ern hat er seine große Zeit gehabt, mit Instabook und Co. Hat der da auch was zu tun gehabt, oder? Vollkommen richtig. Ja, ja. Er hat mit... So eine lustige Truppe, von der ich selber viel zu wenig gehört habe, die waren da übrigens ziemlich gut. Also sehr absurd. Also nimmt schon so ein bisschen diesen sehr absurden und nicht so diesen... Also sehr viele Kalauer zwar, aber ist nicht ganz so... Ja, ist jetzt nicht das Niveau von... Ich erzähle einfach mal verzotigte Witze. Genau, der Bandleader war Ingo Instabook und die Band hieß Instabook und Co. Und Karl Dall war einer von den vieren. Und wir verlinken ein Lied und ein Video, da kann man sich mal einen Eindruck von... Das ist schon auch zotig und Klamotte, aber einen gewissen Witz. Und ich finde, das absolute Highlight von Instabook und Co. ist, Ich liebte ein Mädchen. Das ist auch schlüpfrig und zotig, aber ein unheimlich guter Wortwitz auch. Das Thema darf man ja gerne benutzen. Das ist ja bloß die Frage, aus welcher Rolle heraus man das macht. Und ja, genau. Ja, da gibst du eigentlich schon die Richtung des heutigen Tages vielleicht sogar schon etwas vor. Dann später wurde er auch fürs Fernsehen dann entdeckt. Hat bei, naja, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, Radio Bremen in so einer Sendung. Hatte so den Comic Relief und so in Sketch Comedy Sachen mitgemacht. Und in den 80ern war er dann halt auch so als Comedic Relief mit so Scherzanrufen in Samstagabendsendungen. Also hatte wirklich dann auch für das, was er gemacht hat, eine Reichweite. Ja, aber bei Verstehen Sie Spaß? Ah, okay. Und in den 90ern ist er dann, glaube ich, auch in dieses RTL-Spaß oder Sat.1, keine Ahnung, Privatfernsehen, lustige Sachen machen, reingeraten, von denen ich die Qualität aber nicht beurteilen kann. Genau. Er hat dann später noch so eine sehr krawallige Talkshow gemacht. Auf RTL Plus hieß das damals. Da hat er, glaube ich, mal, ich suche das mal für die Playlist. Da hat er mal den Schlagersänger Roland Kaiser so getriezt, dass er abgehauen ist. Okay. Und das hat er echt auf verschiedenen Sendern auch gemacht. Dann hat er, glaube ich, bis zuletzt nochmal so eine Gastrolle in. Aber wir müssen mal Karl Dahl verlassen. Das war nämlich nur jetzt hier der popkulturelle Aufhänger, an den ich gekommen bin. Und wir machen jetzt mal was Niveauvolleres. Franz Marischka wird geboren am 2.7.1918 in Unterach am Attersee in Österreich. Da ist es super schön. Ich habe mir das mal, wir haben ja da mal Campingplätze angeguckt, nachdem ich diesen Ort gesehen habe. Okay. Unterach. Hat es beim Namen schon geklingelt? Marischka? Nee. Muss ja auch nicht. Marischka kenne ich, aber Marischka. Ja, nee, Marischka ist eine andere Baustelle. Der gute Franz ist ein etwas schrumpeliges Baby. Alle Babys sind schrumpelig, Entschuldigung mal. Ja, aber er ist halt besonders schrumpelig und er entknautscht sich, glaube ich, nicht so schnell wie alle anderen. Und weil er halt ein klein wenig aussieht wie eine Dörpflaume, habe ich aus einer Quelle, ist nicht von mir, bekommt er den schönen Spitznamen Zwetschi. Ah ja, alles klar. Und das wird heute wieder eher so eine Name-Dropping-Folge. Wir haben ja ein paar Thesen bei Geschichte ungenügend. Und eine davon ist, dass es zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte auf der Welt nur 300 Leute gab. Zumindest von denen, was überliefert worden ist. Ja. Mit Namen. Und das ist so unser komedischer Take von, ja, es gab halt immer Eliten und die waren sehr gut vernetzt und sehr mobil. Und die kannten auch untereinander. Und auch so Leute, die über die Welt verteilt, Informationsaustausch gab es auch schon. Leute haben sich Briefe über die ganze Welt geschickt. Und da gab es eben halt auch intellektuellen Austausch. So auch hier in Kunst und Kultur. Okay. Und Zwetschi ist also auch einer in diesem Karussell. Und Zwetschi ist einer im Karussell. Und was für eins. Die Mutter, Lizzie Marischka, die ist kurz nach Franz' Geburt an einer Blinddarmentzündung verstorben. Die war die Tochter des Autoren Viktor Leon. Der Vater, Hubert Marischka, war ein Operettenstar. Okay. Sein Taufpate, einer der hippesten Komponisten seiner Zeit, Franz Leher, der hatte mit der lustigen Witwe eine der bekanntesten Operetten geschrieben. Kennt man heute auch noch. Ja. Bleibt da nicht mal auf Ader oder Dreisat. Und sein Onkel, es geht hier noch weiter, sein Onkel Ernst Marischka ist Regisseur und wird besonders berühmt durch die drei Sissi-Filme mit Romy Schneider. Okay, das ist also schon mal, es steckt ja schon ganz gut ab, welcher Kulturbereich da so unterwegs ist. Und irgendwie alle gehören sie da rein. Geht's noch eine Nummer kleiner. Ja. Er wächst, genau, die Mutter ist ja verstorben, als er noch sehr, sehr jung war. Er wächst bei seinen Großeltern im 13. Wiener Bezirk Kitzing auf. Das scheint wohl auch eine sehr gute Gegend zu sein. Wir wissen ja aus unseren Stats, unsere WienerInnen, die uns hören, können uns das gerne mal sagen. Er macht seine Matura für die Nicht-ÖsterreicherInnen das Abitur. Und nach seinem relativ kurzen Militärdienst versucht er 1938 das Max-Reinhardt-Seminar, um Schauspieler zu werden. Da muss man nachfragen, sein Onkel war der Sissi-Regisseur. Ja, Ernst Marischka, genau. Und die sind von wann die Filme? Das weiß ich überhaupt nicht. Die sind aus den 50er Jahren, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, von wann der erste ist. Ja, okay. Ja, 1938 Österreich. Da war da was. Da war da was. Das nennt sich, glaube ich, Anschluss. Also jetzt in Nazisprech. Ja. Das war der Moment, wo Österreich an das Deutsche Reich angegliedert wurde. So, erst mal neutral gesprochen. Ja. Nachdem da vorher auch mal ein paar Jahre Bürgerkrieg war in Österreich, das darf man auch nicht vergessen. Und wobei mir die genauen Zahlen und Details auch nicht im Kopf sind. Aber auf jeden Fall das nicht. Ja, trägt jetzt auch zum heutigen Thema nicht allzu viel bei. Wir verlinken einfach mal einen Artikel, habe ich nämlich gefunden, von unserer ehemaligen Kommilitonin von der Seite des Deutschen Historischen Museums. Und Grüße raus an die Humboldt-Uni. Ich verlinke den Artikel einfach in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch nochmal so die politische Situation vergegenwärtigen. Und natürlich, wenn das dann angeschlossen an das Deutsche Reich, in dem die Nazis herrschen, dann wird es halt auch ganz schnell ungemütlich für ganz viele Bevölkerungsgruppen. Und unter anderem auch Marischka, dessen Mutter er Jüdin war. Der wird im März 1938 als Halbjude aus dem Max-Reinhardt-Seminar ausgeschlossen. Und er emigriert ins Vereinigte Königreich. Und zwar am 20.04.1939. Ist das auch so einer, der dann englischen Namen kriegt und ich könnte ihn dann kennen? Englischen Namen habe ich hier am Start. Aber wenn du den über seinen englischen Namen kennst, dann bist du richtig gut. Ideenwissen. Wir machen erstmal weiter. Er tritt dort der österreichischen Exil-Theatergruppe Laterndl bei. Schön. Die spielen in dieser Zeit, die führen auf so antifaschistische Stücke, machen so Hitler-Parodien und dergleichen. 1940, der Zweite Weltkrieg tobt, wird er dann mit rund 30.000 anderen deutschen, ItalienerInnen und ÖsterreicherInnen, die sich zu diesem Zeitpunkt im UK befanden, in Internierungslager verbracht. Er wird eingesperrt auf der Isle of Man. Die kennen wir schon, ja. Die hatten wir schon in unserer Folge über George Taubman Goldie, den Imperialisten und Palmöl Gauner. Kann man auch gerne nochmal nachhören. Ich glaube, die Folge habe ich kürzlich auch nochmal remastert durch ein Audio-Tool laufen lassen. Die klingt nicht mehr so schäbig wie die anderen ersten Folgen, die wir aufgenommen haben. Das ist vielleicht nochmal für alle, die damals das nicht ertragen haben, könnt ihr nochmal wieder einsteigen. Einige weitere Internierte wurden auch bis nach Kanada und Australien verschifft. Also man hatte einfach Angst, dass die halt irgendwie mit denen zusammenarbeiten konnten. Aber da muss man ja auch mal sagen, wie weit dann dieser nationale Vorbehalt geht. Das sind jetzt Leute, die explizit geflohen sind oder als Gegnerschaft zu dem Regime geflohen sind. Und trotzdem wird ihnen halt, weil sie den Pass haben, gesagt, ne, so ganz trauen wir euch halt dann doch nicht. Ja. Man kommt dann aber auch schnell ein bisschen zur Vernunft, aber es muss natürlich wie immer, bis man zur Vernunft kommt, muss erstmal was Doofes passieren. Und ja, was jetzt passiert, ein deutsches U-Boot versenkt eins dieser Schiffe mit Internierten, das irgendwie nach Australien fahren sollte, mit Italienern. Und da schlug die Stimmung um und man überlegte sich, ja, das sind ja schon irgendwie, vielleicht kann man da aus diesen loyalen, in Anführungszeichen, Feinden nicht was machen. Und es werden dann auch so Support-Einheiten vom Militär zum Beispiel gegründet für so Sachen wie, ja, so Gräben ausheben und so alles, was halt nicht unbedingt Kampfhandlungen sind, aber trotzdem zum Kriegshandwerk dazukommen. Und Franz Marischka meldet sich freiwillig zum Pioneer Corps. Das ist eine aus Expatriierten bestehenden Einheit zur Unterstützung der britischen Armee. Er bekommt als erstes, du hattest es gerade schon erwähnt, einen englischen Namen verpasst. Aus, äh, Svechi wird Pruny Mac Pruneface, nein, Quatsch, aus Franz Marischka wird Francis Marsh. Okay. Richtig viel Mühe gegeben haben die sich auch nicht, aber naja. Ja, er macht das einige Zeit und meldet sich danach für das Intelligence Corps, das dem militärischen Geheimdienst zuarbeitet. Er erhält dann irgendwann auch die britische Staatsbürgerschaft und wird nach dem Zweiten Weltkrieg in Norwegen eingesetzt. Weißt du zufällig was über Norwegen im Zweiten Weltkrieg? Aus meiner Kindheit mein erster richtiger Auslandsurlaub ging nach Norwegen und da musste ich nämlich lernen, dass da nicht so gerne Deutsch gehört wird. Und das habe ich dann, da habe ich erst so ein bisschen Geschichte drüber gelernt. Die sind ziemlich schnell von, also da gab es auch irgendwelche Nazis, aber in erster Linie sind die ziemlich schnell eingenommen worden vom Deutschen Reich. Die wollten da natürlich irgendwie strategisch auch gegen England sitzen und ich glaube auch irgendwelche Erzvorkommen und so ein Zeug, vielleicht nicht, dass man Schweden darüber läuft, irgendwie sich sichern. Die waren also relativ schnell auf der Seite der, wie man so schön sagt, Achsenmächte, glaube ich. Ja, genau. Norwegen war 1940 besetzt worden, das hieß die Weserübung und 1942 war der Faschist Wittkun Quisling als Kopf einer Marionettenregierung eingesetzt worden. Quisling ist auch heute noch in einigen Ländern und Zusammenhängen immer noch eine Bezeichnung für so ein Kollaborateur etc. Ja, es gab auch Norweger, die dann in der Waffen-SS gekämpft haben und es gab Kriegsgefangenenlager und Konzentrationslager, unter anderem das ungewidmete Polizeihäftlingslager Grini. Und hierzulande bekanntester Insasse, besonders im Norden Deutschlands, dürfte Asbjörn Hallwosen gewesen sein. Ein norwegischer, es ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, der kommt nicht weiter vor, aber er ist mir trotzdem untergekommen. Ich dachte, ich erwähne ihn mal. Ein norwegischer Fußballtrainer und Fußballspieler, der 1922 beruflich nach Hamburg gekommen war. Und er sollte ursprünglich zu Altona 93 gehen. Sehr schön, dass du diesen Verweis bringst. Das hat sich dann aber zerschlagen und er hat mit dem Hamburger Sportverein angebandelt und wurde mit dem zweimal deutscher Meister. Ah, in den 20ern. In den 20ern. Sagen wir jetzt mal so. In der Zeit, genau. Hallwosen war jedenfalls danach, nach dieser Zeit in Deutschland, in Norwegen im Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzung. Und ja, lange Insasse und was du schon erwähnt hast, dass man da nicht so gerne Deutsch gehört hat. Da gab es auch zahlreiche deutsche Kriegsverbrechen, unter anderem, dass ein ganzes Dorf komplett niedergebrannt und ausgelöscht wurde. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele der ranghohen Nazis in Norwegen das gemacht, was feige Nazis eben machen, sich umbringen. Aber einige hundert deutsche und österreichische Staatsbürger, die in Norwegen waren, im Auftrag des nationalsozialistischen Regimes, die wurden dann eben verhört. Und genau das macht Franz Marischka. Also SS-Angehörige, Aufseher der Konzentrationslager, sonstige faschistische TäterInnen. Über diese Interviews und was er da genau gemacht hat, gibt es leider sehr wenig. Aber es ist ja ein Job, der auch gemacht werden muss. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nachdem er alle Verhöre und Prozesse, nachdem das alles durch war, geht er wieder zurück ins zivile Leben. Er bekommt nach langem Bitten seinen österreichischen Namen zurück und auch seine österreichische Staatsbürgerschaft und kehrt zurück nach Österreich. Er versucht sich jetzt wieder auf der Bühne und auch im Film und 1951 spielt er unter der Regie seines Vaters Hubert Marischka. Der hat nämlich von der Operette jetzt auch, das lässt sich auch Geld mitverdienen, dann macht der Film. Fernsehen ist das neue, Fernsehen ist das neue oder Filme sind irgendwie die neue Operette, da müssen wir hin. Genau, also Film hat noch gleich nochmal nach dem Zweiten, also vor dem Zweiten Weltkrieg ja auch, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat das auch nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und so vor der Bühne, das hat ihm nicht so richtig Spaß gemacht und die Kritiken waren wohl auch nicht so. Also da war so ein beiderseitiges Einvernehmen, dass er vielleicht was anderes machen sollte, der Gans. Er macht noch ein paar Filme vor der Kamera, aber allen halben sind alle froh, dass er hinter die Kamera geht und Drehbücher schreibt und Regie führt. Okay. Und seine zweite Regiearbeit wird der Musikkrimi Das Rätsel der grünen Spinne. Wer kennt sie nicht? Das Rätsel der grünen Spinne. Hast du? Ich zum Beispiel. Das ist ein, wir packen den Trailer in die Playlist, das ist ein als Filmmusical angelegte oder als Musikfilm, Revuefilm angelegte Verfilmung eines Romans des britischen Krimiautoren Edgar Wallace. Ach hör doch auf, ich wollte gerade sagen, das klingt so sehr nach einem Edgar Wallace Titel, das kann man ja gar nicht, das ist sehr schön. Super. Ja. Allerdings machen wir heute das Fass Edgar Wallace nicht auf, das lassen wir noch ein bisschen zu. Okay. Da müssen hier unsere großen, große Fans der Shows, hier Oliver Kalkofe oder Bastian Pastewka, die uns noch nie gehört haben, aber bestimmt Friends of the Show sind, die müssen jetzt sehr stark sein. Ne, wir überspringen Edgar Wallace Filme. Okay. Und gehen dann direkt drei Schubladen tiefer später. Ähm, das ist auch, wird auch nicht in diesem Kanon der berühmten Edgar Wallace Filme der 60er Jahre geführt. Mit Eddie Arendt und so. Genau, ich glaube, da spielt auch niemand mit, der dann später noch in den weiteren Edgar Wallace Filmen mitspielt. Das war ein sehr kleines Personal, auch mit dem jungen Klaus Kinski, Regie war dann Alfred Forer, aber er war jedenfalls einer der ersten, der sich die Romanvorlage von Edgar Wallace als reißerischen Krimi vorgenommen hat. Ja. Ja, er bleibt in den 60ern bei der leichten musikalischen Filmunterhaltung und sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist es halt großes Interesse am Heimatfilm in der Zeit. So die ein bisschen heile Welt, nachdem das mit dem anderen Heil da nicht so gut hingehauen hat. Und er entdeckt irgendwie beim Vorsingen den jungen Peter Alexander oder was? Ah, er entdeckt. Oder Karrieren wird er einige starten. Ja, aber nee, es gibt halt Krimi, die Leute, aber immer mit Musik. Also alles sehr, sehr leichte Kost in der Zeit. Wobei, da vielleicht nochmal dazwischen gehen. Ich halt immer, was ich da interessant finde, ist, dass ich so Filme, in denen gesungen wird, also so richtige Musicals als Filme. Das hatte ich so den Eindruck, dass das aus den USA mehr rübergekommen war, irgendwann auch sehr spät. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend eigentlich nie Filme wahrgenommen, wo dann nebenbei noch gesungen wurde. Also sowas wie die Simpsons oder so waren für mich quasi das Erste, wo plötzlich dieses Konzept war, wir machen was Lustiges, indem wir einfach Gesangseinlagen haben. Das fand ich ein total schräges Konzept, aber auch sehr gut. Aber das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass es offensichtlich auch schon diese Operettenartigkeit in den Filmen schon viel früher in Deutschland, deutschsprachigen Filmen, eingewandert war. Ja, ich habe auch ein bisschen Augen gemacht, weil ich auch nur diese Michael Wallace Filme ohne Gesang kannte. Und dann sind da halt auch so Schlagerstars der Zeit, sind dann da. Und wie gesagt, wir packten den Trailer rein, macht euch selber ein Bild davon. Und ja, das kam mein Publikum gut an. Ja, Heimatfilme halt. Ja, das passt ja auch dazu. Ja, was mir, was ich dann irgendwie, dass dann so Leute, die emigriert waren und dann zurückgekommen sind, aber auch Leute, die weiterhin da weitergemacht haben, arbeiten jetzt zusammen wieder an kulturindustriellen Produkten. Das fand ich so interessant. Kann man auch bestimmt nochmal tiefer einsteigen. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine weiterführende Quelle zu. Aber jetzt da ist es alles, seichteste Unterhaltung, Konflikte sind vom Stile. Ja, die Trixi liebt den Grafen, der Graf liebt die, aber die Hannelore und die Hannelore liebt den Hupsi, aber der Hupsi ist ein bürgerlicher, huiuiuiui. Ja, solche Klamotten. So, nehmen wir noch ein paar Perlen aus Marischkas Filmografie. 1961, am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen. Das ist ja alles total bekannt. Also vom Titel her nicht, dass ich wüsste, ist das nicht ein Schlagersong? Genau, und da wurde der Schlager sozusagen verfilmt. Ach was. Also war das der Song zu dem Film oder war das wirklich erst der Song und dann haben sie gesagt, machen wir gleich einen ganzen Film draus? Für den konkreten Fall weiß ich es nicht, aber ich glaube, oft ist zuerst das Lied da, die Leute kennen das Lied und dann wird das Lied in dem Film vor. Die Leute haben so einen Wiedererkennungswert und dann wird da einfach eine Handlung dran geklatscht, die in dem Lied vorkommt. Das wäre doch schön, wenn es sowas auch später mal gegeben hätte, keine Ahnung, irgendwie Smells Like Teen Spirit als Verfilmung oder später irgendwann mal, keine Ahnung, was mir da so einfällt. Zeit, dass sich was dreht, keine Ahnung. Allodria. Allodria. Aha. Frag mich nicht. Stimmt wie Millionen. Hier haben wir ja Internetzugang. Allodria mit Lärm, Tumult oder ähnlicher ausgeführter Unfug, dummes Zeug, Dummheiten, Albernheiten. Allodria treiben. Da kommt der Hallodri her offensichtlich. Allodria steht in der griechischen Philosophie der Kyniker und der Stoa für alles, was den Menschen vom eigentlichen eigenen, dem Ideon ablenkt und im Grunde nichts angeht. Beispielsweise Besitz, Ruhm, Macht, Leid, Krankheit und Leidenschaften. Das ist halt ein bisschen schwierig jetzt halt auch anhand so einer Filmografie. Es gibt ja gleichzeitig gesellschaftliche Entwicklungen. Und es gibt dann auch zu dem Zeitpunkt zwei deutsche Staaten. Und das Pendant aus der DDR, das habe ich jetzt einfach nicht, weil da hat Marisch gar nicht Regie geführt. Aber wenn ihr da noch mal was habt, lasst es uns gerne wissen. Ja, die ganzen DFA-Filme halt. Da gibt es ja gerade nach dem Krieg richtig tolle Filme, die sehr lohnenswert zu schauen sind. Bist du da ein bisschen drin? Das war natürlich schon ein bisschen, also ich bin da kein großer Expert. Ich habe so ein paar gesehen. Die sind natürlich teilweise politisch, teilweise sind die aber einfach auch die Geschichte des kleinen Mannes. Also es ist natürlich schon ein bisschen anderes Interesse hinter gewesen. Es war schon immer das Interesse, auch die Leute immer so ein bisschen natürlich auch zu agitieren für eine bestimmte Verhaltensweise. Und das machen die Heimatfilme auf eine andere Art und Weise ja auch. Dass die da eben diese schöne Sicherheit des, lassen wir es doch alle, wie es mal war, erziehen quasi. Und in der DDR-Film war es natürlich ein bisschen, es kommt ja was Neues und das ist ganz toll und da machen wir alle gemeinsam mit. Aber da drin gab es halt schon, also mir fällt ja gerade ein, so ein ganz wundervoller Road-Movie namens Kabit und Sauerampfer, wo es darum geht, dass irgendwie eine Zigarettenfabrik irgendwie wieder aufgebaut werden soll, weil alles zerstört ist nach dem Krieg. Und sie haben aber irgendwie kein Kabit, weil das braucht man, um irgendwas zu schweißen, damit man da alles wieder heile machen kann. Und dann geht halt der Protagonist, muss dann halt irgendwie nach Wittenberg und verwechselt das immer nach Wittenberge und fährt da irgendwie hin und holt da Kabit und kriegt dann irgendwie auch fünf Tonnen Kabit. Und will die irgendwie zurückschiffen mit dem Lastwagen und da passieren dann immer so Sachen wie, hier muss man die Russen bestechen und da fällt eins vom Wagen. Und dort kommt dann, ja sowas halt. Und das ist ein schönes Zeichnung, finde ich, davon, wie da halt auch ein Gemeinschaftsgefühl aufgebaut worden ist. Und im Spiegelbild zu den westlichen Filmen, das fand ich daran ganz lustig, werden da natürlich dann auch die Russen quasi als, naja, so ein bisschen auch komisch anzuguckende Leute, aber eigentlich ganz freundlich. Und als er dann auf der Elbe, auf den amerikanischen, das war noch vor dem Mauerbau, glaube ich, auf den amerikanischen Schutzboottypen trifft, dann ist das natürlich völlig das oberüberhebliche Arschloch und ist halt total unsympathisch gezeichnet. Das ist schon ganz witzig, wie sich das so spiegelt, die Darstellung der größeren Politik drumherum. Klammer zu. Super, super spannend. Vielen Dank für die kleine Einlassung. Ja, aber auch in Westdeutschland wandelt sich dann das gesellschaftliche Klima in den 60ern dann auch. Und das Ende der 60er Jahre bringt ja in Westdeutschland auch Umwälzungen mit sich. Und auch das Kino wandelt sich. Zum einen kriseln die BesucherInnenzahlen. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass der Fernseher jetzt die Wohnzimmer erobert und es da auch seichte Unterhaltung gibt. Aber auch junge Filmschaffende wollten halt auch weg von Papas Kino und so entstehen in den 60er und 70er Jahren. Und das fasse ich jetzt ganz extrem zusammen. Der neue deutsche Film oder der junge deutsche Film mit AutorenfilmerInnen wie Mai Spiels, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbender, Volker Schlöndorf. Und ja, darüber reden wir heute nicht im Tieferen. Das können wir gerne an einer anderen Stelle nochmal rausholen. Da geht es auf jeden Fall nicht so um die heile Welt. Nee, da geht es nicht um die heile Welt, sondern um auch gesellschaftliche Spannungen. Und da macht der Marischka jetzt auch mit oder ist er dagegen? Was denkst du denn? Ach, das ist ja alles möglich. Der hat eine sehr verwandelbare Vita hinter sich. Jetzt scheint mir das nicht so zu sein, als wenn er diese Heimatfilme nur gemacht hätte, weil er da irgendwie total begeistert ist, wie er sich da künstlerisch ausleben kann. Sondern it seems to be his job. Und den macht er auch weiter. Nämlich mit dem Ende der 60er Jahre und dem Infragestellen der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung und der Moral. Und durch eine jüngere Generation geht auch etwas einher, was als die sexuelle Revolution bezeichnet wurde. Aha. Sowas wie das Hinterfragen bestimmter Sexualmoral, Geschlechterrollen, Homosexualität, Promiskuität. Dass man halt, ja, das ist ja alles nichts mehr. Spaß haben kann bei dem Thema. Ja. Um sich zu schämen. Ja. Hatten wir schon in unserer allerersten Folge über Otto Groß. Und da ging es ja, der hat es dann in den Zehnern und Zwanzigern gemacht und die Ideen gehabt. Und die Ideen werden auch wieder hervorgeholt. Die Psychoanalytiker erleben da ja auch eine gewisse Renaissance bei den jungen Menschen, die das dann wieder lesen. Und ganz konkreter Auslöser ist auch Ende der 60er Jahre ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das sogenannte Fanny Hill Urteil, was die Strafbarkeit von Darstellungen von Sexualität, da hat sich jedenfalls dann was geändert. Ich kann da nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber es durfte jetzt viel mehr geschrieben, gesagt und gezeigt werden, ohne dass es gleich irgendwie als sittenwidrig und der Moral widersprechend verboten ist. Und dann hat er Schmuddelfilme gemacht. Franz Marischka steigt da ein mit, sagen wir mal, wohlwollend einer erotischen Komödie mit dem Titel Der Mann mit dem goldenen Pinsel. Okay. Und er wird einer der Mitbegründer dessen, was ja sozusagen von der sexuellen Revolution im Mainstream-Kino übrig bleibt, nämlich nicht mehr viel, sondern quasi fast das Gegenteil. Ja. Und seine Komödie aus dem Jahr 1973, Liebesgrüße aus der Lederhose, wird einer der Grundschneine für ein Filmgenre, der sogenannte Lederhosenfilm. Oh ja, oder Lederhosenfilm. Das ist Franz Marischka. Wir hatten hier den Operetten Marischka, wir hatten den Sisi Marischka und jetzt haben wir hier den Unterm Dirndl wird gejodelt Marischka. Aber da muss ich jetzt nochmal, das heißt, also Lederhosenfilm sind für mich ja diese Sachen, die dann später bei RTL Sat.1 nach so und so viele Uhr liefen. Keine Ahnung, wie geschnitten die waren. Aber das sind ja nun explizit das, was man Sexfilme nennen würde oder nennt. Und die sind doch, also einerseits total zotig, andererseits aber auch eine sehr, sagen wir doch mal, sehr fragfällige Geschlechterrollen werden da dargestellt. Überhaupt nicht jetzt mal. Und war das jetzt, weil du zwischendurch diesen anderen Film gesagt hattest, war das da auch schon, war das quasi der Auftakt? Oder sollte das damals noch heißen, der hat sich auch mal kritischer mit dem Thema beschäftigt und wollte einfach mal ein bisschen mehr Sexualität darstellen? Oder war das jetzt schon einfach, ich mach jetzt Sexfilme? Ja, das hat sich dann sozusagen zugespitzt. Und ja, du sprichst es auch an, davon bleibt halt wirklich diese fragwürdigen Rollen. Diese Filme sind, ja, es wird Nacktheit gezeigt, aber das Ganze ist so konservativ, homophob, sexistisch und auch klassistisch. Also so eine unerträgliche Gesamtscheiße. Ich habe mich durch ein paar Trailer durchgequält. Das ist halt Phipps Asmussen als Film und so. Ja, der eklige Herrenwitz, der schafft es da in die Kinos. Und das sind dann halt alles so schlüpfrige, zotige, mit Laien und oder VolksschauspielerInnen besetzte Lustspiele. Zum Beispiel eine der Quellen sind wohl auch für die Inhalte die derben Stücke des Bauernteaters. Aber dann angeheizt mit eben noch mehr Nacktszenen und Sexszenen. Ja, das passt ja total gut zu diesen Heimatfilmen, weil das ist ja ein bisschen sein Sujet, glaube ich, sagt man, wo er sich auskennt. Und genau, die heißen ja auch Lederhosenfilme, weil das halt da aus der Ecke Bayern-Österreich kommt. Mir war das schon immer völlig schleierhaft, wen das ansprechen, also was für eine Realität da dargestellt werden soll. Ja, du hattest da viel in diesen bayerischen Raum. Aber es gab, das waren ja nicht die Einzigen, er war auch nicht der Einzige. Es gab auch noch andere Regisseure, wie ein paar Namen Alois Brummer. Und unterm Heilbutt wird das Nebelhorn gejagt. Ja, ja, ne, pass mal auf. Wir haben nämlich, ich mache nämlich gleich nochmal hier durch die Filmografie von Franz Marischka durch. Es gab ja auch sowas dann, die Schulen, erst mal, ich glaube, eine Einfangefange waren so die Pseudo-aufklärerische Filme. So nachdem, jetzt räumen wir hier mal mit den Missverständnissen der Sexualität aus. Ja, und es wurden dann einfach durch andere Missverständnisse und eine krankwürdige Murks ersetzt. Ja, und genau, so Pseudo-Reportagen gibt es ja auch heute noch als Fernsehformat, so eine Scripted Reality. Also, ja, auch wieder so eine These aus Geschöpfung genügend, nie was Neues, alles schon mal gehabt. Also, nochmal dieser Punkt der sexuellen Revolution, um den abzuschließen. Also, es geht da in keinem dieser Filme auch nur annähernd irgendwie um die Überwindung gesellschaftlicher Konventionen oder Zwänge und das Ausleben alternativer Lebensentwürfe oder sogar Spaß haben, sondern es geht darum, irgendwie mit Zoten und Busen einen Markt zu machen. Ja. Ja. Dann gibt es halt auch so eine Rape-Culture, hast du da drin auch. Da hast du dann, das kommt halt in so einem biederen, bayerischen, leicht Trottling. Ja, ne, du stehst dir halt nie zu Ohr. Entschuldigung an alle Menschen in Bayern, das war ein Versuch, ja. Aber es gibt da, ja, Konsens war da auch jetzt nicht so, ja. Ja, hast du ja schon gesagt, worum es da geht. Es geht darum, halt irgendwie billig da irgendwie Sex darzustellen, um damit halt die Leute in was für Kinos auch immer das lief zu locken. Weißt du das eigentlich, wie sehr, oh, kommt das jetzt? Ah, dann zeig dir den Finger an die Kamera. Alles klar. Ja, naja, das läuft im Mainstream-Kino, weil das Mainstream-Kino hat da jetzt wieder ein, hat da jetzt ja wieder ein USP gegenüber dem Fernsehen. Das Fernsehen darf das nicht zeigen, weil Jugendschutz, ne? Also irgendwie hier das Pflichtspielhaus, und die Dinger haben sich ja auch gut verkauft. Die hatten halt tolle Besucherzahlen. Also es waren jetzt keine, damals gab es auch noch nicht so wirklich die, das Konzept des Blockbusters gab es ja da auch noch nicht, aber die haben ihre Produktionskosten um ein Vielfaches eingespielt. Die Produktionen können ja auch nicht so hoch gewesen sein. Du hattest da halt die ewig gleichen Leute, so etablierte Volksschauspieler wie Peter Steiner, kennt man ja dann auch, dessen Bauerntheater hat es ja dann auch zu RTL Plus geschafft. Da lief im Abendprogramm dann erst Peter Steiners Theater starte und danach irgendwie so eine Lederhosenklamotte mit ihm. So, aber es blieb nicht nur in der Lederhose. Wir müssen jetzt auch das, ich mache jetzt einfach nochmal ein bisschen aus Marischkas Filmografie. Jetzt haben wir hier den Lederhosenfilm in eine andere Region, nämlich 1972, Lass Jucken, Kumpel. Ah, auch schon mal gehört. Er wird das Ganze ins Ruhrgebiet ersetzt, ersetzt aber auch mit den bayerischen Schauspielern. Teilweise, teilweise. Okay. Aber da wird dann auch, ja, also wie, so da wird dann so ein, wenn sich wo in diesen Lederhosenfilmen, so das ländliche Milieu als unheimlich stumpf dargestellt wird, wird halt auch der Proletarier im Ruhrgebiet, der natürlich im coolen Bergbau tätig ist und irgendwie ein bisschen dumm und notgeil ist. Ja. Das gibt es dann auch. Sondern jetzt halt weiter. Lass Jucken, Kumpel, Teil 2. Liebesgrüße aus der Lederhose. Die Stoßburg, wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern. Der Kumpel lässt das Jucken nicht. Zwei Dännen in Lederhosen. Drei Lederhosen in Saint-Tropez. Thomas Gottschalk hat sich aus dem Business rausgehalten. War ja auch ein paar Jahre später. Ja, viele, aber viele, die man dann noch in Westdeutschland im Schauspiel kannte, haben in diesen Filmen auch ihre Karriere begonnen. Mir fällt da immer nur Ingrid Steger ein. Ingrid Steger, ja. Und bei denen gibt es so ein paar Herren, die dann auch nochmal da mitgespielt hat. Ich bin mir 80 Prozent sicher, dass Sascha Hehn, der dann später so als Sunnyboy und Traumschiffkapitän und auch ein gewisser, jetzt hätte ich fast gesagt Karl Lauterbach, aber ich meinte, aber wir sollen ja nichts Tagesaktuelles machen. Nein, es war Heiner Lauterbach. Ach wirklich? Das wusste ich nicht. Heiner Lauterbach hat sich in so einem Schulmädchen-Report seinem Film sein Debüt gegeben. Und jetzt müssen wir mal den hier, den Man Himself, Machischka, nochmal hören und zu Lass Jucken Kumpel. Das ist eine Romanverfilmung von so einem, nicht um den Groschenroman, aber so einem Milieuroman. Und er sagt dann, ein lustiges, triviales Sexbuch mit einer versteckten Sozialkritik, die ich in den Film bringen wollte, um ihn wenigstens einen Millimeter über den normalen Sexfilm zu heben. Als ich das an der Pressekonferenz sagte, schrieb die Presse, Machischka dreht einen sozialkritischen Film und die Kinobesitzer zogen ihre Buchungen zurück. Haben die sich nicht vorher mal angeguckt, was sie da zeigen wollen, bevor sie geglaubt haben, dass das jetzt irgendwie viel zu kritisch ist für sie, für ihr Sexpublikum? Also offensichtlich herrscht da wirklich Angst, dass man da jetzt plötzlich sowas wie so einen Fassbinder zeigt. Nicht, dass man nach Hause, man denkt einem nichts Böses, irgendwie schön aus der Lederhose und dann macht da Werner Herzog was auf einmal heimlich. Wahrscheinlich wurden die doch auch produziert wie Fließband quasi. Oder? Also wahrscheinlich ist das einfach ein Film durch, dann kommt der nächste rein und wir gucken gar nicht erst, was es ist, weil das wird schon alles passen. Ja. Zitat geht noch weiter. Ich musste dann gleich zwei ganz harte Sexszenen drehen, von denen wir Ausschnitte an die Theaterbesitzer schickten, woraufhin sie den Film wieder brachten. Ja, toll. Ja. Ja, also beides geht halt nicht. Entweder Sozialkritik oder nackte Haut und Gedöns. Zumindest, das würde aber Lars von Trier anders sehen. Ja, natürlich kann man das auch. Nur in dem damaligen... Ja, klar, das war ja logisch. Das ist auch wieder so ein... Ja, die Zuschauer, die wollten es ja, die sind ja da reingegangen. Ja, die sind da reingegangen, weil es nichts anderes im Kino gab. Das ist ja wieder so ein Henne-Ei-Ding. Also, ich glaube auch nicht, dass da Leute wirklich ernsthaft Fan von waren, sondern das ist halt irgendwie so... Das ist halt als Vehikel zum Zeigen von Nacktheit. Ähnlich, wenn das irgendwie jetzt so Penela wie wir in den 90ern im Nachtprogramm gesehen haben. Oh, schon... Dann lässt man halt dieses dumme bayerische, pseudo-bayerischen Dialekt und diese Szenen, das lässt man halt so an sich vorbeirauschen, bis dann sozusagen der interessante Teil kommt. Ja. Oder man macht es halt ja heutzutage und kombiniert es einfach, wie HBO das ja nun am besten hingekriegt hat und baut in diese ganz allen tollen Serien völlig unsinnige Sex- oder Nacktheitsszenen ein. Weil, dann können wir es auch nochmal zeigen, locken wir auch nochmal irgendwelche eingeschlafenen Füße hinterm Ofen vor. Ja, so... Wobei der Unterschied natürlich schon ist, was ich gerade gemeint habe, ist ja gerade die Kombination von, wir haben ja eigentlich eine, in Anführungsstrichen, anspruchsvolle Unterhaltungsserie, aber kombinieren das halt, packen das einfach auch noch mit rein, weil zieht halt. Ja. Genau, du hattest das ja auch schon erwähnt. Die haben dann nochmal ihren zweiten Frühling gefeiert mit dem privatrechtlichen Fernsehen, die Lederhosenfilme. Ja. Die dann ins Spätprogramm gewandert sind. Und Peter Steiner, genau, der hat auch nochmal den zweiten Frühling, sein krachledernes Bauerntheater, wird eben auch nochmal als Samstagabend gefeatured und hat millionenfach ZuschauerInnen. Franz Marischka schreibt weiter noch fleißig Drehbücher für Film und Fernsehen und stirbt dann, er wird ewig alt, er stirbt erst 2009. Und seine letzte Regiearbeit ist auch wieder die Verfilmung eines Liedes. Und zwar 1983 für der Regie im Film Sunshine Reggae auf Ibiza. Ui. Da war gerade das, da war gerade der Song Sunshine Reggae. Klar. Von der, so ein dänisches Duo, von denen das jetzt keine jamaikanische Reggae-Band. Und ja, da ist sie wieder, die trashige Sexkomödie. Und da spielt Karl Dall, da ist nämlich er wieder, spielt da eine Doppelhauptrolle. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Verwechslungskomödie. Der reist seiner geliebten Schlagerqueen nach Ibiza hinterher. Und da hast du auch viel norddeutsche Prominenz in dem Film. Hast du Helga Feddersen, Hans-Werner Olm, später noch Kabarettist. Ja. Und, Mensch, wie heißt er? Werner Böhm, auch bekannt als Gottlieb Wendehals. Stimmungssänger. Da hat es so heißt... Aber das ist dann auch so ein Sexkomödie, um das jetzt mal euphemistisch zu formulieren. Ja. Ja, genau. Also heute in den Kritiken heißt es immer Klamotte. Sex-Klamotte. Und ja, Karl Dall ist vor zwei Jahren gestorben. Und ist, aber er ist kürzlich wegen der Covid-Pandemie erst später, jetzt ist es vor Syltsee bestattet worden. Und er hatte immer erzählt, ja, wenn er mal stirbt, möchte er in Karlsruhe beerdigt werden. War aber nur ein Witz. Und das Ding war jetzt allemal lustiger als diese ganzen Lederhosenfilme. Ja, das stimmt. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wir es rundziehen, weil die popkulturelle Verarbeitung, die hat sich ja sozusagen schon mal mitgebracht. Ja. Es gibt nicht so viel wissenschaftliche Literatur jetzt dazu. Ein paar Sachen sind eher so Memoiren, aber dann gibt es noch eine, naja, weiß ich nicht, jetzt habe ich natürlich vergessen, von wem das ist, reichen wir gerne in den Quellen nach. Ja, das war so ein bisschen auch die Geschichte des Films aus der unseren Schublade. Ja. Man kennt natürlich eben nur die. Interessant wäre halt zu wissen, ob es halt in dieser Zeit der sexuellen Befreiung in Anführungsstrichen, ob es da dann nicht auch mal interessantere Werke, die expliziter waren, gab. Es gibt ja auch interessante Sexfilme, die dieses Thema haben und halt explizitere Sachen zeigen, aber halt trotzdem eine Beziehungsgeschichte zeigen. Und da gibt es ja genug gute Beispiele für. Und das wäre ja ganz spannend, ob es das eigentlich in der Zeit auch gab oder ob das einfach dann zu anstößig gewesen wäre, weil diese total konservativen, aber total expliziten Sexfilme dann akzeptiert waren, aber halt mal wirklich eine Hinterfragung von der Gewalt, die da drin steckt, ja vielleicht irgendwie nicht angesagt war. Ein recht prominentes Beispiel wüsste ich jetzt noch und zwar ist das der Film Der letzte Tango in Paris. Ah, stimmt. Mit Maria Schneider und Marlon Brando, der ziemlich explizite, deutliche Sexszenen in aber einem Film mit Anspruch, Drehbuch, Handlung und so weiter zeigt. Danke für eure Aufmerksamkeit heute Abend. Es ist ein bisschen wilder geworden und ja, wenn ihr noch Feedback zu der Folge oder zu anderen Folgen habt, add ungenugend bei Twitter, schreibt uns eine E-Mail geschichteungenugend at gmail.com und wir hören uns nächste Woche wieder mit vielleicht noch ein paar Nachträgen zu Quellen oder zu noch ein paar anderen Filmen, die ihr noch wisst. Ich hätte jetzt aber eigentlich schon noch einen Punkt. Hat denn der Mariska dann tatsächlich ausschließlich in diesem Sexfilm Bereich weitergearbeitet oder hat der auch normale Heimatfilme gemacht parallel dazu oder halt keine Ahnung, was die da machen, eine Tatort-Folge gedreht. Doch, hier haben wir noch so eine ZDF-Vorabendserie namens Percy Stewart. Dann ist hier noch aus den 90ern Almenrausch und Pulverschnee. Also wir bleiben im Alpenraum, aber das ist eher so eine Familienserie. Ich dachte, das wäre diese Willi Bogner-Filmgeschichte. Wir reden sehr viel über die BRD der 70er und 80er Jahre. Das ist richtig. Nächstes Mal geht es nicht um die BRD. Ja, na gut. Nächstes Mal sind wir etwas weniger in Deutschland und ein bisschen globaler aufgestellt, bleiben aber wohl in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert. So viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche mit einer kleinen Fußnote. Bis dahin. Alles Gute. Bis bald. Juhu mei. Tschüss. Juhu mei. Juhu mei. Juhu mei. Juhu mei.